Das Aquarium Tauchbecken im Aquamundo des Center Park Park Allgäu in Leutkirch. Hier könnt ihr ein wenig tauchen gehen, unter Wasser befinden sich ein paar Aquarien und ihr könnt dann interessante Fische, große wie auch kleine sehen und ihr braucht nicht zwingend eine Taucherbrille, die liegt nämlich am Eingang des Beckens direkt parat, hier direkt zur linken auf einem Hocker in so einem Korb und dann könnt ihr auf Tauchstation gehen, also viel Spaß jetzt. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke, somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Auf Wiedersehen! Ich sehe diesen Kanal nicht nur noch mal aus, aber das ist wieder gut. Oh! 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 Huh! Oh! 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 Nächster Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.